Musik Musik Ey, wie sehe ich denn bitte aus? Ja, aber egal. Willkommen zu einem neuen Video. Das wird jetzt mal ein untypischer Start hier. Es ist heute Sonntag. Es ist mittlerweile, glaube ich, schon 12 Uhr und allein wenn ich das schon ausspreche, stresst mich das wieder. Wow, jetzt fängt es gerade in dem Moment an zu schütten. Also ich liege heute schon den ganzen Morgen einfach nur in meinem Bett und habe irgendwie gar keine Motivation. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber heute ist einfach nicht mein Tag. Und das gibt es hier öfter mal. Also Tage gibt es. Und mein Ziel mit dem Video ist jetzt einfach euch zu zeigen, dass ich mich jetzt aufraffen werde und dass ich das trotzdem jetzt zu einem besseren Tag auf jeden Fall. Es muss jetzt kein krasser Tag werden, aber wenigstens, dass ich heute Abend nicht schlafen gehe und das Gefühl habe, es war alles so scheiße. Ich habe gerade überlegt rauszugehen. Das lasse ich jetzt, wenn ich das Wetter sehe. Und ich kann euch auch genau sagen, warum es mir aktuell so geht. Also es sind viele Punkte, die da, glaube ich, gerade zusammenkommen. Und erstmal ist in letzter Zeit unglaublich viele krasse Dinge passiert, wofür ich auch ganz doll dankbar bin. Ich weiß gar nicht, wann ich dieses Video hochladen werde. Also falls ich euch das noch gar nicht auf YouTube hier erzählt habe, ich bin zum Beispiel beim Haus auf Karmuschka dabei. Ich habe null damit gerechnet und das ist super toll. Aber ich habe immer das Gefühl oder mir ist schon öfter aufgefallen, dass wenn es ganz viele Höhen in meinem Leben gab, dann spüre ich danach einfach auch manchmal wie so eine Leere. Und das soll jetzt gar nicht so blöd klingen oder so, aber ich glaube, es ergibt für mich auch irgendwie Sinn. Ich erkläre mir das immer so ein bisschen wie, wenn man so einen richtig krassen Partyabend hatte und voll viel Spaß hatte. Und am nächsten Morgen, klar hat man oft auch noch so schöne Erinnerungen und ist so happy deswegen, aber manchmal fühlt man sich dann auch so schlechter. Ich glaube, weil man einfach, man kann ja nicht immer in dieser Höhe bleiben. Und gerade jetzt ist eigentlich alles soweit okay. Jetzt war ich eigentlich, glaube ich, eine Woche hier alleine. Meine Eltern waren im Urlaub, die sind jetzt wiedergekommen. Und ich habe mich die ganze Zeit eigentlich darauf gefreut, dass sie wiederkommen. Und jetzt, ja, ich weiß auch nicht, jetzt stresst mich, weil ich sehe plötzlich, dass Leute irgendwie Dinge tun und erledigen. Und ich sitze hier und ich habe zwar die letzten Tage auch viel geschafft, aber ja, heute fühlt es sich einfach nicht gut an. Ich rede jetzt schon wieder viel zu lange, aber ich wollte euch aber irgendwie versuchen zu erklären, was gerade so in meinem Kopf abgeht. Und das löst wirklich so einen Druck in mir aus, dass ich gerade nichts richtig Gutes für mich tue. Es geht mir nicht mal darum, dass ich krasse Sachen erledige, vielleicht auch ein bisschen, das wäre schon schön, aber dass ich einfach die Zeit auch nicht gut für mich nutze. Ich habe heute Morgen bisher schon wieder nur Sandwich Toast gegessen, was die letzte Woche gefühlt auch schon so ging. Das weiß ich halt dann auch, dass es mir nicht gut tut. Und dann sitze ich hier, schaue gerade GNTM, das macht mich jetzt auch nicht unbedingt glücklich. Ja, okay. Jetzt hören wir auf mit dem Gerede. Und ich werde euch jetzt Step für Step mitnehmen, um meinen Tag heute besser zu machen. Ich überlege mir jetzt den Plan. Step 1, ich werde jetzt mein Zimmer putzen, danach gehe ich duschen und Haare waschen, dann fühle ich mich auch besser. Und dann heißt es Sachen bestellen und Sachen anprobieren, die schon angekommen sind, weil es geht bald in Stock und ich habe gestern die Packliste bekommen. Ja, und ich habe ein paar Probleme, weil ich diese Sachen nicht besitze und auch nicht ansatzweise Sachen besitze, die so aussehen und die dazu passen. Das ist gerade so ein bisschen mein Problem. Aber das ist kein Problem, weil wir kriegen das hin und jetzt erstmal Zimmer aufräumen. Und ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es ist überall wirklich so krass staubig. Zum einen, ich finde, das Schreibtisch ist so ein Ort, wo sich das halt schnell sammelt. Hier auf der Lampe sieht man es auch ganz doll. Genauso auch hier drüben auf der Fläche. Ja, und da unten. Wow, okay. Wir fangen jetzt einfach an und ziehen durch. Wir fangen jetzt an und ziehen durch. Wir fangen jetzt an und ziehen durch. Problemzone Nummer 1 sieht jetzt ja schon mal ganz gut aus. Das ist zwar wirklich eine Sache, vor der ich einfach Angst habe. Da sind wirklich, da liegen so viele Sachen, die ich jetzt noch angehen muss. Und ja, das ist ein bisschen nervig, aber egal. Es ist immerhin einigermaßen sortiert. Jetzt widme ich mich dieser Ecke hier. Ich habe auch heute Morgen die Idee gehabt, dass ich eigentlich das gerne umtauschen würde. Ich weiß gar nicht, ob das schon immer so stand, aber ich will es mal ausprobieren, dass die Lampe halt in die Ecke kommt und der Spiegel nach rechts. Weil ich glaube, das wird mir besser gefallen. Also, let's try it. Now I'm haunted by the thought of throwing grapes in the super bucket. When you said this is what you wanted, did you mean to steal a joke? Now I'm haunted by the thought of throwing grapes in the super bucket. When you said this is what you wanted, when you said this is what you wanted, did you mean to steal a joke? One, two, three. I've never been to California Next step ist es, dieses Chaos hier aufzuräumen. Und es ist immer noch zu fast. Like a trip to the beach You're the life of James Dean Problemzone Nummer 2 ist jetzt auch erledigt. Und ich finde wirklich, es macht einfach so viel aus, wenn diese Oberflächen halt nicht voll mit Staub sind. Dann fühlt sich das einfach schon viel, viel besser an. Auch wenn es jetzt eigentlich keine große Sache ist, dass jetzt mein Zimmer ordentlich ist, freue ich mich, dass ich das geschafft habe. Erstes To-Do ist erledigt. Ich dachte, heute kriege ich wirklich gar nichts hin. Aber ja, das war schon mal gut. Und ich muss sagen, ich fühle mich jetzt richtig wohl. Jede Ecke ist ordentlich. Es ist sauber. Schön. Und es regnet immer noch. Aber ja, ich ziehe mir jetzt schnell mal was anderes an. Ich dachte mir, dass ich jetzt eigentlich direkt duschen gehe. Aber wir gehen jetzt nochmal eine Runde Romy besuchen. Den Hund, auf den ich öfter aufpasse. Und wenn es eine Sache gibt, die mich glücklich macht, ist es dieser Hund. Und deswegen ist es ehrlich gesagt sehr passend. Deswegen bringt es mir jetzt auch nicht, wenn ich jetzt meine Haare wasche, weil dann bin ich im Regen. Deswegen ziehe ich mir jetzt irgendwas Gutes an. Ja. Oh man, was ein Tag. Was Krasseres werde ich jetzt heute auch einfach nicht anziehen. Es ist eine schwarze Jeans. Mein grauer Pulli, den ich sowieso mindestens jeden zweiten Tag anhabe. Aber ganz ehrlich, der passt halt zu allem. Ich liebe den und ich kriege oft Fragen dazu. Der ist einfach von Amazon, von der Marke Gildan. Ich glaube, ich habe den in allen Farben. Aber ich muss sagen, kleines Highlight gibt es heute. Ich habe einen Leo-Gürtel an. Okay. Wow. Jetzt geht es erstmal spazieren. Also in dem Vlog zeige ich mich wirklich immer von meiner besten Seite. Nee, Spaß. Ich komme gerade aus der Dusche. Und ja, ich muss sagen, heute der Tag ist ein Auf und Ab. Zwischendurch ging es mir wieder echt gut. Und dann denke ich mir wieder so, boah, ich habe auch gar nichts Lust. Aber ich bin das gewöhnt. Also von diesen Tagen, wenn ich dann morgens schon so mit so einem komischen Gefühl aufwache, zieht sich das meistens durch den ganzen Tag. Aber wenigstens habe ich jetzt schon ein paar Dinge gemacht, die mir gut tun. Und wir waren dann mit Romy spazieren. Das war richtig schön. Jetzt habe ich mir meine Haare gewaschen. Auch so eine Sache, die ich gerne mal nicht tue, wenn es mir schlecht geht. Und jetzt werde ich mich einfach mal kurz ins Bett legen, eine Runde chillen. Und dann muss ich auch schon anfangen, Sachen rauszusuchen, die der Packliste fürs Talk entsprechen. Und habe eine Box hier stehen mit Klamotten, die ich anprobieren muss. Also das ist der Plan für den Rest des Tages. Und es ist mittlerweile einfach auch schon 6 Uhr. Also keine Ahnung, wohin die Zeit geflogen ist. Jetzt wird erstmal eine Runde gechillt. Papa, das ist schrecklich. Kannst du auch als Nachtkleid noch anhaben dann. Aber das finde ich sehr schön. Das findest du schön? Ja, das findest du super schön. Vielleicht liegt es aber auch in der Modell. Sag mal. Sag mal. Aber du kannst mich doch den Modells ausreden. Das ist schrecklich. Das ist doch wirklich schön. Leute, wisst ihr, wie billig das aussieht? Dann finde ich ja schon eher sowas schön. Aber... Was? Was? Warst du da? Nee. Was? Kara. Ich glaube, du hast auch keinen Geschmack. Und das ist das Problem. Ja, genau das hatte ich doch vorhin auch. Nein. Hallo, doch. Nein. Genau. War das nicht so spannend? Das sieht aus wie Goldfolie. Damit fällt es auch auf. Das sieht aus wie diese Notfallfolie aus. Sieht aus wie selbst. Ich wollte mich heute auch nochmal bei euch melden. Mir geht es jetzt eigentlich mittlerweile ganz gut. Und auch wenn ich total so eine innere Unruhe habe. Das liegt aber daran, dass jetzt schon bald, also dass bald einfach das Talk ist. Und ich saß gerade eben mit meinen Eltern ungefähr zwei Stunden oder so da. Und wir haben Outfits rausgesucht. Also sie haben mich netterweise versucht dabei zu unterstützen. Aber ich war die ganze Zeit so, nee, braucht mir auch nicht weiterhelfen. Weil, ja, sie das nicht so ganz das finden konnten, was ich finden wollte. Wobei es auch sehr schwer war. Aber gut, deswegen war das gerade alles noch ein bisschen Chaos. Und ich freue mich so darauf. Aber ich freue mich auch einfach auf den Moment, wo ich die passenden Outfits habe. Weil das ist so schwer. Also wir haben halt Moodboards zu den einzelnen Tagen. Und das, ja, überfordert mich. Aber ist okay. Das ist eine Challenge. Und, ja, ansonsten hoffe ich einfach, dass ich euch mit dem Video, ja, zeigen konnte. Erstmal, dass es das ganz Normale ist, diese schlechten Tage zu haben. Ähm, vielleicht habt ihr irgendwas mitnehmen können, was ihr nächstes Mal versucht. Also vielleicht mit dem Zimmer aufräumen oder einfach rausgehen. Ja, mal duschen, Haare waschen. Fühlt man sich auch schon mal besser. Ich fühle mich auf jeden Fall schon mal besser als heute Morgen. Ich habe auch Dinge erledigt, auch wenn sich das trotzdem oft dann noch so anfühlt, als ob es nicht genug war. Fühlt es jetzt auch gerade. Ich habe auch das Gefühl, meine To-Do-Liste ist nicht wirklich kürzer geworden. Aber, mein Gott, so ist es halt manchmal. Ich hoffe, euch geht es gut. Und falls nicht, dass es euch bald besser geht. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Und schreibt mir gerne einen Kommentar. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.